Hallo, kein Wunder, Frau Mocklinge, das ist hier, hier in der Stadt, 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 hier in meinem Leben eine kleine Quote, in der Stadt Klenmer, genau 9,8. Der Käfer war in vielen Westen. Die typisch deutsche Autohaliener, so machen das die meisten. Das unterhalb der Durchschnitt sich dann noch 30 Stunden am Tag über Ruhstück, das hört uns nicht. Das neue Autos Feuer sind. Das war's für heute. Das Skigebiet in Patzenau-Tal 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 Das Skigebiet in Patzenau-Tal